Wir sind in Neuhausen an der wunderschönen Walkenorgel, gebaut 1854. Ein Wunderwerk, eine fantastische Orgel. Das Instrument ist nicht sehr groß, aber hat sehr, sehr viele schöne Stimmen, sehr viele schöne Register, vor allem 8- und 4-Fuß-Register, die kann man wunderbar mischen und ganz tolle Klang-Effekte haben. Vor allem haben wir in der Orgel viele sogenannte Streichregister, wie Salicional oder Violata Gamba. Flöte. Und durch diese Kombination Flöte und Streicher können wir neue Länge haben. Gamba. 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 Eine Besonderheit in dieser Orgel ist die Fagottklarinette, eine sogenannte durchschlagende Zunge. Gamba. 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 Und was diese Orgel vor allem die Orgel aus dieser Epoche kann, das ist ein Crescendo-Effekt, Die kann man, wir nennen das, ohne Stufen machen. Also nicht wie barocken Orgel, 8, 4, 2 Fuß. Sondern wir sagen stufenlos. Also man merkt nicht genau, wann die nächsten Stimmen, wann die nächsten Register kommen. Und klingt das so. 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 Und klingt das so.